Robert Habeck ist kein Klimaschutzminister und müsste es dringend werden. Die Partei müsse aufpassen, dass sich nicht Teile der Klimaschutzbewegung von ihr abwenden, so Kaiser. Die Klimapolitik der Ampelregierung und die Haltung der grünen Parteispitze stoßen bei Umweltschützern zunehmend auf Unverständnis. Die Kritik reicht von Klimaschutzgesetzen, die dem Naturschutz schaden könnten, bis hin zum Ausbau neuer fossiler Infrastrukturen. Bemerkenswert war ein Streitgespräch zwischen dem grünen Vizekanzler Robert Habeck und Olaf Bandt, dem Vorsitzenden des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Laut der Süddeutschen Zeitung kritisierte Bandt bei einer Diskussionsrunde die Klimapolitik der derzeitigen Koalition scharf mit den Worten, Zitat, Er warf den Grünen vor, die Klimaschutzanstrengungen zu beschönigen. Auch die Deutsche Umwelthilfe und der Naturschutzbund übten offene Kritik an Minister Habeck. Mit dem geplanten LNG-Terminal vor Rügen werde erneut Natur geopfert, um ein Energieproblem zu lösen. Die Süddeutsche berichtete auch über den Appell der parteientellen Bundesarbeitsgemeinschaft Ökologie an die Parteiführung. Die Grünen müssten dunkelgrün statt blassgrün werden und den Erwartungen der Öffentlichkeit als Umweltpartei gerecht werden. Ein weiterer Kritikpunkt an den Grünen ist die von Habeck verantwortete Reform des Klimaschutzgesetzes, die von vielen Umweltschützern als eine der größten Rückschläge angesehen wird. Martin Kaiser, geschäftsführender Vorstand von Greenpeace, kritisierte, es sei skandalös und wirklich erschütternd, dass ein grüner Wirtschaftsminister ein Gesetz vorlege, das die zivilgesellschaftliche Kontrolle im Klimaschutz aushöhle. Gegenüber des Süddeutschen betonte Kaiser weiter, Zitat, Robert Habeck ist kein Klimaschutzminister und müsste es dringend werden. Die Partei müsse aufpassen, dass sich nicht Teile der Klimaschutzbewegung von ihr abwenden, so Kaiser. Klar ist, dass die anhaltenden Konflikte den Grünen geschadet haben. Die Zustimmungswerte der Grünen in Umfragen sind so niedrig wie lange nicht mehr. Dabei befinden sich die Grünen in einer schwierigen Lage. Sie müssen sowohl den Forderungen von Wissenschaft und Umweltschützern nach einem wirksameren Klimaschutz nachkommen, als auch den Bedenken vieler Bürger begegnen, denen die Klimaschutzmaßnahmen zu weit gehen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du weitere Inhalte von mir sehen möchtest, abonniere gerne Politik im Fokus und aktiviere die Glocke, damit du keine neuen Videos verpasst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen.